Oh, shit. Was ist passiert? Sieht aus, als wäre ich hier gestrandet. Ich schätze, ich muss dann hier irgendwie versuchen zu überleben. Hä? Die Stelle kenne ich nur gar nicht. Was soll ist das? What up, bitch? Fünf Millionen Jahre war ich gefangen in dieser Lampe und du hast mich endlich erwacht. Ich erfülle dir drei Wünsche und werde danach wieder in meine Lampe hineingehen. Warte mal, darf ich mir jetzt wirklich alles wünschen, was ich will? Genau das habe ich gerade zu dir gesagt, du kleiner Lackerfell. Na gut, pass auf. Ich habe nämlich nur einen Wunsch. Ich will, dass du mich zum mächtigsten Mann im ganzen Universum machst. Damit ich der Schreckensherrschaft des Imperators endlich an Ende setzen kann. Dein Wunsch ist mir Befehl. Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Oh, what the fuck? Du fühlst es sich an seit 100 Jahren mal wieder zu fliegen. Gut. Am besten suche ich am ersten. Stopp. Kannst du das bitte mit ein bisschen mehr... Du bist gestrandet, Marvin, ne? Du bist nicht einfach so, ich bin zu Hause, ich muss was trinken, so. Okay, mach mir mal vor. Du bist richtig gestrandet, so. Mach mir mal vor. Okay, so, musst du so machen, so. Scheiße. Gestrandet, Mann, wie ist eigentlich das? Ja! So, weißt du? Danke für diese Performance. Jetzt probier ich. What the fuck? Was soll das? Setz dich rein, schnell. Oh, shit. Oh, nein. Bin wieder rausgegangen, Mann. Oh, shit. Ist nicht. Oh. Oh, mein Gott. Ist der für mich ist... Hat er das Dante nicht auch mal gemacht in einem Part? Was macht er mit seinen Beinen? Dante, was machst du denn da? Ja, aber irgendwie sieht das geiler aus. Er sterbt, Junge. So bist du auf einmal eine Tomate, oder wie das Ding heißt. Eine Tomate? Wir sterben jetzt. Oh, nur du! Wie du mich anguckst. Wir sterben jetzt. Immerhin bist du fröhlich. Okay, ready? Hallo. Ja, ready. Okay. Ich hoffe, das funktioniert. Was passiert? Oh, shit! What the fuck? Was passiert hier? Also, das ist etwa ein Battle, wenn wer mit seiner Konstruktion höher fliegen kann. Let's do this. Scheiße, Mann. Wo sitzt du denn? Du sitzt ja unterm Stuhl. Ja, ist doch scheiße egal. Du sitzt im... Dein Kopf ist im Stuhl. Ich weiß. Ja, okay. Äh... Wir fangen gleichzeitig an, ne? Ja, ja. Okay. Wir ziehen. Okay, nochmal. Wir ziehen. Drei, zwei, eins, go! Ich bin ziemlich hoch, aber ich weiß nicht wo. Okay. Aber dann bewegt dich nicht. Ich bleib einfach da stehen. Junge! Nice one! Ravis! Was hast du gerade gemacht? Alter, das ist wahnsinnig, Alter. Das ist richtig wahnsinnig. Was tut der da? Wieso? 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 Weil du ihn attackiert hast. Shit! Was? Ich bin... Hahaha. Wie er ihn ablockt. Nein! Das ist so fair. Okay, ready. Wenn du nicht schaffst, dann mache ich. Okay, let's fucking do this. Let's fucking do this. Let's fucking do this. Fuck! Richtig schlecht. Okay, ich mache. Fast durch die Beine geflogen, Alter. Oh my god! Neben ihr her! Scheiße, Mann. Ich habe sogar ihren rechten Fuß getroffen. Lol, durch seine Beine durch. Das gibt es doch gar nicht. Okay, das müsste funktionieren. Machen, ne? Okay. Joel ist weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Joel ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ja. Er ist wirklich einfach... Ach, da liegt er. Shit. Ja, okay. Er ist der da. Oh, what the fuck? Voll in ihr face jetzt. Aber sie kann nicht sterben. Aber sie fliegt weg? Ne, sie ist festgerippt. Oh! Wie er auf meinem Face stehen geblieben ist. Oh my god, warum? Shit. Er ist nicht stark genug. Was ist das für Ballons? Ballons einfach. Okay, er ist weg. Das ist eine richtige Bestattung, oder? So will ich auch bestattet werden, wenn ich irgendwann sterbe. Jetzt mach mal den Ballon auf mir. Auf dir? Ja. Oh my god. Du stehst. Du hast ihn mir direkt in den Fuß gemacht. Du stehst, Marvin. Okay, nimm noch einen. Nein, mach noch ein paar dran. Schnell. Wo ist Joel eigentlich? Ich weiß nicht. Vielleicht sehe ich ihn gleich. Ja. Was, wie schwer das ist? Ich sehe Joel, aber ganz, ganz wenig mehr. Wo ist der denn? Boah, ist der hoch. Alter, das ist noch so hoch. Ja. So, jetzt hältst du richtig gedrückt und zooms einfach rein. Ja, ich sehe ihn. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Joel, was machst du da oben? Junge. Was tut der da oben? Wie hoch das ist. Ich sehe den nicht mal. Doch, ich sehe den. Ich sehe den. Da, 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 ich sehe ihn auch. Oh, scheiße. Okay, wir haben was gehittet. Er bewegt sich. Du hast einmal lokal gemacht, Marvin. Echt? Geil. Ja. Okay, er kommt, er kommt. Ja, das waren alle. Er fällt. Er fällt. Joel, es tut uns leid, dass wir dich vergessen haben. Lois. Es tut uns so leid. Also, darf ich mir jetzt wirklich alles wünschen, was ich will? Das war vielleicht ein bisschen zu früh, aber... Ist doch scheißegal. Lass einfach mit drin. Lass das mal einfach drin richtig stumpf so. Also, ich bin... Oh my God. Du bist heftig. Das wird geil. Das wird geil. Das war's für heute.